wie oft noch mal bei karl mei weiß ich nicht ja wahrscheinlich noch so drehe ich die wie drehe ich jetzt die kammer ich weiß nicht Die Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl-Geräusche So, wenn wir es anfangen. Alpullen da wieder, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie rechtlich. Was? Musik in rechtlich. Ach, ich bin im Stift geöffnet. Ach, du Kacke. Ich glaube, das bist du. Wenn man denkt, der gegen den Wirftschuh steigt, dann wirft man noch schlechter. Schiebe es. Da sieht ja keiner aus. Oder ich gebe in meinem Account auch live und habe hier die Tafel und du hast uns drauf. Versteht was ich meine? Ja. Das ist auch ein Plan, das war Duell. Das war Duell. Wir probieren mal was aus. Ich von hinten. Und du machst ein Duett und hast die Kamera drauf. Ich lade dich ein, oder was? Genau. Ich lade. Okay, ich lade. 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 vielleicht muss man einmalig so spielen damit man mehr sieht und christopher wollen wir auf den anlässern aber das ist aber was beschriften wir können nicht einfach loslegen wir müssen ja jetzt gucken wie war das jetzt hier so hinkriegen und hier haben wir jetzt auch kein ständiger so mit den blauen stehen durch den blauen stehen ja wer läden wen ein wie geht denn das und wie nehme ich die an mir jetzt tun aus ja man hört uns ja jetzt doppelt habe ich jetzt hier ausgemacht mikrofon ich mache mu kuku ja ist ein bisschen doof so ja so wäre es ganz gut wenn du da ja aber dann müsste man sagen was denn mit dem ding hier und jetzt muss ich da noch mal mu kuku man muss noch ein bisschen weiter runter nach rechts dann geh du hin ich sagte ja so wäre ganz gut ja so du fängst ja an ja doch sehe ich jetzt wenn du geworfen hast ja aber irgendwie wäre es ja geiler wenn man die kamera so machen würde dass man die pfeile vielleicht kann man den sender da hin vielleicht kann man den sender da entzellen da steht da das noch mal wegziehen das ganze hier mal so hin da muss man halt dran vorbei werfen ja ein bisschen noch nach umdrehen drehen drehen mal andere seite ja noch noch stopp ja so kann man es ein bisschen lassen so machen wir es jetzt das video gleich geile 11 punkte 11 490 ja das sieht gut aus das kann man mich dann runterlernen und bei youtube hochladen das mit dem das mit dem ja 56 ach das sind 2 76 die lampe oben blendet ein bisschen Ja, aber die kann man jetzt nicht anders machen. Wir müssen auch mit Licht anspielen, dass man sieht. Kaum live, vielleicht Top-Niveau. 17 runter, 183. 183. Jetzt war schlecht. Ja. 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 52. Ja. 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 Ja, ich meine 70er und 50er. Ach. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er höher oder drunter? Weit drunter. Das Video ist das Niveau gestiegen. 55. 25. 25. 25. 25. 76. Keine normalen Ausdrücke hier. Nur ein Zuschauer. Vorhin waren es 100 am Anfang gleich. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 35. 35. 35. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 26. 25. Knappe Angelegenheiten. Knapp und 30 Punkte sind wir hier voran. Über...oh fast. 153. 183. Da ist er. Da ist er. 97,95. Da ist er. 2, 2, 3. Da ist er, glaube ich. Kann ich so nicht erkennen. Ist es ein 60? Der untere? Da ist er, glaube ich. 100. 100. 100. 100. 100. 100. Und das ist natürlich dann Ich führte sogar trotz meiner One-Handeln 108 Likes Das sind jetzt 24 Ach Scheiße 35 Keine Ausdrücke Hat er gesagt? 35 Ich bin bei 37 Ich wollte eigentlich 32 werfen und doppelt 40 so machen. Ach er ist natürlich da oben schon Schande Leck 3 Das muss ich anfangen Das war aber auch noch 100 61 60 Ja Ich bin bei 37 Ich bin bei 38 Ich bin bei 38 Wie meinst du das Ich habe ein 61 da steht Ach das kann ich Ja machen wir ein 61 Ja Bin ich da Ich habe 40 Punkte bekommen Mit 130 Ich bin bei 38 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 Ich bin bei 39 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 Und bei 39 Ich bin bei 39 Ich bin bei 39 Ich bin bei 39 Schreib mal vernünftige Zeile ab jetzt. Ja, hätte wohl. Ja, trotzdem. Da gehen die, der da 400 einschreibt, oben. Das ist einmal, du hast zweimal gezahlt, wenn du ihn gespielt. Wo ist das zweite Mal? Ja, sieht schon doof aus wie 94. 94. Warum kann man keinen High-Finish machen? Warum kann ich jetzt nicht mal 100 und werfen? Weil die Pfeile zu sehr verteilt. 28. Ich beantworte meine Fragen gleich selber. Ich bin Dittmann. I am Dittmann. I am Winner 2. Nein, ich bin Winner 2. I am Winner 1. Ich bin Dittmann. I am Winner 2. Kommt einfach nicht runter hier. 21 bis 16 sind wir bei 1934. 21 bis 15, genau. Nimmst du gleich die Sachen, die du dir ausgesucht hast, gleich mit hoch? Ja. Die Datbücher, die Bilder. Ich nehme die Kiste mit hoch, verpöre die Hände mit vollen rein. Hast du ein Glück? Einmal 60, obwohl ich dachte, wer wäre da 60 drin. Ja. Jetzt brauche ich mal einen Halbzünder. Ich weiß nicht, ob das heißt, aber es gehört dazu. Leck hier. Hast du Bock? Ich habe noch Bock. Ja, wer muss jetzt anfangen? Weil wir haben ja jetzt Bullen mal wieder raus. Wir Bullen wieder. Wir Bullen jetzt wieder. Ich stehe da gerade. Verstands. Was machen wir denn ein? Oh, der, was ist jetzt hier? Du, ne? Der ist in der Kante gewesen von der 50. Hier. Ja. Hier. Noch nicht. Jetzt. Oh, 25. 25. 25. 45. 45er. 12er. Das erkennt man nicht so gut da irgendwie. Es war so aus wie eine 5. Und wenn hier dieser geile Käppiständer hier selbst gebaut. Da. 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 Da fällt die Kamera. Ich muss die schon mal irgendwie runterfallen. Und dann. 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 Die eine Runde läuft so, die andere Runde läuft so. Das ist gar nichts, 11 Punkte. Die eine Runde läuft so, die andere Runde läuft so, die andere Runde läuft so. Die eine Runde läuft so, die andere Runde läuft so, die andere Runde läuft so. Die eine Runde läuft so, die andere Runde läuft so. Die Runde läuft so, die andere Runde läuft so, die andere Runde läuft so. Die Runde läuft so, die andere Runde läuft so. Die Runde läuft so, die andere Runde läuft so, die andere Runde läuft so. Die Runde läuft so, die andere Runde läuft so, die andere Runde läuft so. Die Runde läuft so, die andere Runde läuft so, die andere Runde läuft so. Die Runde läuft so, die andere Runde läuft so. Die Runde läuft so, die andere Runde läuft so. Die Runde läuft so, die andere Runde läuft so. Die Runde läuft so, die andere Runde läuft so. Die 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 Runde läuft so. 32, 31, 32. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 61, ne? 12. Hä? Bei 61 bist du nicht bei 12, da bist du bei doch bei 12. Oh! 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 Überworfen, ne? 25. 25. 25. 25. 25. 25. 26. 25. 25. 26. 26. 26. 26. 26. 26. Nee, ich wollte noch mal die 15. Ich hab jetzt 16 und 31 alt geworden, ne? Ja. Oh, gar keine Züchse. Ich muss jetzt mal gucken, wie gut soll jetzt runterkommen, wir sehen es. Oh, 10. Das war knapp. Da hätt' er noch was geschenkt. Eins machen wir noch und dann drehen wir noch ein Ray-Gewie. Beziehungsweise vielleicht ist jeder wieder da. Pullen wieder? Oder wann steht das zweite Spiel? Das war was. Wir haben jetzt hier Pull-Ich, Pull-Ich, Pull-Ich. Da muss ich jetzt anfangen. Ja. Schön, es wird sich noch gerettet. Ich bin richtig abzureißen, bevor ich eins gewonnen hab. Recht ist. Äh, das ist mein Tag kenn ich. Ja. Obwohl ich zu dem Durchgang gut war. Ich hab da waren alle zwei, die ich hätte geschenkt. 18, 21, 25. Naja, kann ja nichts tun. 1, 22. 2, 3. 5, 4, 5, 4. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wieso fällt der da runter? Über 36. Ich glaube nur 65. Das wäre doch mal 36 runter, dann wäre ich ihn da nicht her jetzt. Mann! Wieso fällt der da runter? Gut. Wollen wir mal näher? 98. Ja. 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 Zum Ersten habe ich so schön an die 40 umgehauen, da dachte ich brauche die anderen nur noch daneben setzen. Nein, verworfen. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 1 gewonnen. Ciao.